Wir alle haben die Wahl zwischen der gezähmten Seite unserer Natur und der Wilden. Zwischen Vernunft und Begierde. Zwischen Gut und Böse. Aber es gibt Zeiten, denen uns diese freie Willensentscheidung genommen ist. Wir können das Tier in uns nicht mehr zähmen. Ich war als Augenzeuge dabei. Ich habe das unmöglich scheinende miterlebt. Ich habe Beweise. Ich werde Ihnen etwas zeigen, dass Sie davon überzeugen wird. In jedem von uns steckt ein Tier. Wehe, es bricht einmal aus. Sof sie. Und wer hat mich schon wegen seiner Funktion? Dassel捡 es sie! Oh! Astia.